Ein mit Prominenz gespicktes Charity-Golf-Turnier hat es vor kurzem im Golfclub St. Lorenzen im Mürztal gegeben. Bestens organisiert und für einen guten Zweck ist dieses Turnier über die Bühne gegangen. Und für die meisten Promis ist Golf nicht so einfach. Kann man es mit Fußball vergleichen, Michael Konsl? Nein, viel schwerer. Also gar keinen Vergleich, muss ich ehrlich sagen. Außerdem darf man den Golfball ja nicht wirklich mit den Händen berühren oder anfassen oder geschweige denn werfen. Also das ist schon ganz was anderes. Genau, also ich sage, man kann sich oder man sollte sich täglich bewegen und wenn das natürlich auf einem wunderschönen Golfplatz passiert, dann fällt es einem nicht so schwer. Man sagt ja, Sportler, die in der aktiven Karriere mit dem Ball zu tun hatten, ob groß, ob klein, tun sich beim Erlernen von Golf leichter. Ich glaube schon, also wenn man einfach Augenball Distanz und einfach dieses Gefühl hat, mit dem Ball umzugehen und ich glaube schon, dass man das da leichter lernt. Und ich weiß von vielen Tennisspielern, die sehr gut golfen, also die Single Handicap haben, bei Null unten sind. Ja, also ich bin mir da sicher. Naja, das Wunderschöne, was ich mit einem Ball beim Skifahren zu knacken habe, war, wenn es knallig war, das heißt auf Englisch Bolli. Aber sonst nichts und deswegen habe ich mir die ersten Jahre richtig, richtig schwer da. Ich habe mich dann einfach durch den Spaß, den man dieser Sportler, dieses Spiel auch macht, auch natürlich eingesteigert und habe mich jetzt gebessert und mittlerweile kann man sagen, dass ich es ab und zu schon ganz gut treffe. Ballgefühl ist sicher nicht schlecht, wenn man hat. Es ist so, dass das Golf ja unglaublich schwierig ist, also sehr trainingsintensiv wäre. Ja, das tue ich halt nicht so, weil das sehr zeitintensiv ist. Und vor allem, man steht nie gerade. Wenn man immer gerade stehen würde, dann wäre es ja relativ einfach. Aber das ist nicht der Fall. Also da geht es ja oft um, kommt mir vor, um Millimeter. Ja, also deswegen macht es das Ganze so interessant und ja, man kann sich so richtig giften. Ja, einmal geht es, ja, da glaubst du, hast du das jetzt drauf und du bist jetzt schon dabei bei den Gurten, also bei den Single-Handicapern und dann geht wieder gar nichts. Also, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das nicht zu ernst nimmt, dass man Spaß dabei hat. Der Spaßfaktor stand auch beim Charity-Turnier in St. Lorenzen im Mürztal im Vordergrund. Stellt sich noch die Frage nach der Faszination des Golfens. Kann man eigentlich irgendwann einmal sagen, ich kann golfen? Naja, da gibt es einige Sprüche, die man so kennt mittlerweile, ja. Also ich mache andere Sachen auch noch, also nicht nur Golf oder sehr wenig Golf in Wahrheit, was schade ist. Aber es macht nämlich Spaß. Und das ist das Wichtigste, wenn du dann in einem super Flight bist. Das macht richtig Spaß, wenn man da unterwegs ist und da machst du so viel Höhen und tief mit. Also es ist einfach lustig und schön. Nein, ich möchte einfach natürlich schöne Schläge spielen, aber was ich Gott sei Dank schon relativ schnell gelernt habe, selbst wenn es jetzt nicht funktioniert, dann werde ich mich nicht ärgern, sondern einfach dann den schönen Tag genießen und passt. Mir macht Spaß. Also ich gehe gerne mit Freunden auf die Runde und habe eine Gaude. Vielleicht die Regeln nicht ganz so ernst nehmen, aber ja, beim Turnier geht es eh nach den Regeln und alles. Aber letztendlich ist es für mich Entspannung und ein bisschen runterkommen. Ich spiele schon seit ich zehn Jahre alt bin. Also ich habe ziemlich viel Golf gespielt früher. Ich kann das auch recht gut. Ich mache jetzt nicht mehr so, aber ich habe früher sehr viel gespielt und für mich war Golf immer ein guter Ausgleich und ein gutes Training auch fürs Skifahren. Konzentrieren, schlechten Schlaggleich vergessen, nicht nachtrauern, irgendwas. Also von dem her ist Golf eine gute mentale Übung. Und wenn das Ganze dann auch noch Spaß macht, dann werden auch die Golfregeln bei solchen Turnieren nicht ganz so ernst genommen. Und die Regeln beim Golf sind ja strenger als beim Fußball. Ja, da gibt es natürlich die strengen Etiketten, aber die gibt es im Fußball auch, die kleinen Regeln. Also da gibt es halt einen Schiedsrichter, der immer wieder pfeift, wenn er glaubt. Ja, es war ein Vergehen. Beim Golfen ist es nicht ganz so, da ist der Schiedsrichter nicht so präsent. Der lauert zwar immer wieder irgendwo, der Marschall, aber ja, trotzdem muss man diszipliniert sein, klar. Und diszipliniert waren sie alle. Und Spaß hat es auch allen gemacht. Und am Ende haben sich alle gefreut, dass ein namhafter Betrag für das St. Anna Kinderspital eingespielt werden konnte. Ein Danke an alle Spieler und Sponsoren, die das ermöglicht haben. Und ein Danke auch an den Golfclub St. Florenzen im Mürztal.